ja 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 nehmen wir mal mit ich treffe die Hälfte die Stau und wo ein Kreisverkehr die doch geben 26 doch sich in der Nürnberg um ich ja und m 8 ist ich wollte eigentlich nach oben und zu schauen was es da so Neues gibt das hat Diamanten ich glaube ich oder was ist das da das könnt ihr gar nicht sehen kann schon möglich sein Nein, sind nur Steiner hat irgendwie eine komische Spiegelung auf Eisen, Eisen dann das sieht also Diamantik aus Wow hier gibt es auch wieder neue Gänge aber was für Gänge ich bin doch nur auf einer Suche nach einem kleinen Minenschacht Ja Ja, wie wollen wir hier rauskommen eigentlich aus der Höhle wir graben uns einfach nach oben egal ob da jetzt Lava kommt dann Ey, ja, ihr Glück gehabt Ey, wie cool ist das denn ein Minenschacht jedenfalls wir graben uns einfach nach oben und wenn wir Lava finden dann müssen wir so schnell wie möglich nach unten irgendwie aber das tropft ja auch durch die Decke und deswegen ähm kann man das drüber merken und so jetzt mach ich mir mal ne Schaufel das geht mir nämlich ein bisschen auf den Sack mit dem immer Fackelgegrabe das ist jetzt mein Eis? Hä? das ist doch Eisen, oder? Eisen? naja, Stein tut's auch und das Wasser kommt auf die Hand und bevor mal was passiert da hab ich echt kein Bock drauf dass wir dann hier unten verrecken mit unseren Werksachen da unten geht es auch noch weiter und ich bin auf der Suche nach Kisten voller Werksachen und nichts ja nehmen wir doch mal den Abzweig habe ich ja ich kann mir noch Fackeln machen das zu Genüge weiter geht's hier nicht hier auch nicht und da auch nicht so ähm nehmen wir doch mal den Minenschachtweg äh Quatsch den Spinnennetzweg da geht es weiter juhu Küste nein 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 keine Kisten und auch keine Kisten Schöne und die 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 zurück die 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 ja wir haben wir schon mal an ihm halt hier unten was sie ähm ja ist mir wieder nix es muss doch irgend und Kissi Dumminschacht sein sie war schon die 100.000 Kilometer hier gelatscht um finden wir auch keine Kisten meine Fresse und so ja fackeln wir haben Pau die hochmol in die Richtung da waren wir auch schon mal ich weiß da kommt doch bestimmt noch was Tja wenn man vom Teufel spricht jawohl Kohle Eisen und Kürbiskerne Juhu Apels das ist doch mal ein nettes Prozent und da hinten ist doch um jetzt wird verzeigt sich aber und da ist eine Kiste ja auch mal in unserem Geil Eisenbrot oder Redstone Kürbiskerne das muss ja richtig machen wir uns doch nachher mal auf den Heimweg aber ich will noch ein bisschen erforschen es gibt immer noch die Möglichkeit dass sie noch Kisten sind Prozent 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 in dem Gelände das jeden Worte geht die doch aber auch nicht mal Ja, das ist hier wieder so ein riesiger Weg. Oder ein riesiger...